Diese beiden wurden noch nicht offiziell vorgestellt. Wer sind sie? Wer bin ich oder wer sind wir? Wenn du Elberfelder-Dieb auf nem Beat hörst, ist klar, hier geht's um Teamwork. Wunderbar bekloppt, wie einsatzbereitschaft für'm Ziel führt. So viele schimpfen sich Rapper, ohne das Herz dieser Musik zu spüren. Moderne Cat-Rocks für jeden angeblichen Textkopf. Hauptsache Gesprächsstoff, wer hat meiner Seite treu Geschiebetüren. Hier braucht sich niemand zu rühren. Als hätte der Schlag sie getroffen, stehen die Leider da, die sind vereinführend. Alle Streit erklärt, wie ein schnaufendes Pferd baden wir uns unseren Weg. Durch dat römische Imperium, dat sicherlich vergeht. Mit spartanischem Kampfgeist, wie ein griechischer Athlet. Der die Kammern, der schaut nur zu, in Augen übersteht. Das Kolosseum geht, sie erwarten den Gladiator. Bei Niederlage wirft man nie den Krokodilen zum Fraß vor. Die lasche Veranstaltung trägt nur den Titel Hardcore. Denn die Sprache des Schmerzes fixiert Punkte wie ein Blas. 17, naiv, schöne Augen, schönes Haar. Hammerbody und ne Haut aus Porzellan. Und dir fällt auf, du bist anders als der Rest. Anders als die Weiber, mit denen du sonst so hängst, deine Cheatcast und Partner. Denk an die Lara, die Olle hat weder Parfüm noch Patte für Mascara. Fundamentale Thematik, der wir uns langsam nähern. Existenzielle Dramatik zwischen den Weltenverstehern. Schwer zu erklären, was man selber nicht wirklich begreift. Doch wer am Ball bleibt und dreift, erhitzt das harte Eis. Das vor seinem Geist verweilt und ihnen kalten Stickstoff hüllt. Zieh den Vorhang weg und step auf die Bühne des Glücks. Denn es ist nicht verrückt, ein bisschen bewusster zu leben. Jo, Philosophien verstehen andere falsch. Welchen Hebel setzt du gepflegt in Bewegung? Von welchem Punkt aus fängst du an zu drehen, bis neue Leitungen entstehen? Und was ist für dich eine plausible Erklärung? Für Zerstörungswahn, Egoismus oder fehlende Annäherung? Keiner will mich kennenlernen, also lernen sie mich kennen. Wenn es so einfach wäre, stände man im Vorderen bei finanziellen Verbänden. Hölle auf Erden, Flucht in unendliche Klänge. Gänseautos, Leidenschaft, nicht zu kontrollieren wie Handyverträge. Ich stampfe auf den Beat wie ein Asteroid. Globale Verwüstung, Atomkrieg, Musik. Patriot aus Granit hält die Stellung stabil für totes Gebiet. Der Elektronendynastik, TNT, Melodien, sein Ventil gegen Frust. Und die Luft, die er ablässt, zerfetzt euch die Brust. Wie mit Anlauf von Zug, radikal sturer Schluss. Widerstand, seine Kunst und der Untergrund kuscht. Wenn der Berglöwe brüllt und der Boden erbebt, sich die Masse verneigt. Es ist Zeit fürs Gebet, zum allmächtigen Schöpfer, den Hürden der Lyrik. A zu dem PC, kämpft euch raus. Je höher der Rang, desto tiefer der korrupte Zwang. Da lauf ich lieber überall mit dickem Buckel lang. Tolltauben, die behaupten, sie stoppen den Untergang. Spenden Affären, Versprechen kommen aus den Wunderlampen. Mir ist egal, ob sie mich hauen, wenn ich meinen Mund aufmache. Sollte es mit reden, ich klappenspiele, ich in der U-Bahn klampfe. Es gibt nur einen, den ich für Demut in jedem Zustand danke. Ihr kennt den Jeding auch, wenn ihr gern gegen sein Urteil. Anzureinsame Gestalten beschreiten holprige Wege. Mit Staubtrockner Kehle treffen sie sich an der Theke. Das Endresultat sind verwirrte Gespräche über rauchende Kreuz und die zermürbte Hygiene. Zwei Einsame Gestalten beschreiten holprige Wege. Mit Staubtrockner Kehle treffen sie sich an der Theke. Das Endresultat sind verwirrte Gespräche über rauchende Kreuz und die zermürbte Hygiene. Der Mescalwurm in meinem Magen löste sich schnell auf Visionen mit dem ich über den Highway to Hell auf am Boden gelber Staub und am Himmel die Geier. Sie kreisen über mir und meinen baldigen Falz. Ein Rest von radioaktiven Hautfetzen, die vergammelte Brotkrümel am Wegesrand auffressen. Ich darf die Misere nicht einmal aussprechen, da sie vielleicht die Lage unserer mobilen Behausung entdecken. Diese mobile Behausung ist nur ein Kasten aus Holz. Viel dicke Pellen, bunter Dach drauf, unser ganzer Stolz. Oh toll, jetzt geht man nicht so an. Auf unserem Planeten gibt es das schon seit tausend Jahren. Bei euch kräht ja auch der Robocop statt dem Auerhahn. Ihr Erfinder der 40 spurigen Autobahn. Ihr versucht euren technischen Stand hier aufzufahren. Missioniert eure Mechaniker um in sarten Applaus zu machen. Heute wird gespeist, nur das Beste kommt am Tisch. Nix mit eurem Kaviar, Trüffel oder Tintenfisch. Das Tier wird richtig eklig. Guck, da kommt die Vorspeise. Frittierte Lamm-Rosetten auf ner halben Toastscheibe. Wahlweise mit weißer Soße aus dem Antilopen. Roten gattet auch in Braun, doch da sind die Potenzen nicht zu loben. Nun werden Gläser gehoben und es wird angestoßen. Gallensaft mit Kohlensäure plus nem Schuss Geschmacksaromen. Mhh, wat abmundet. Gang 1 kommt herein, ein Schimpanzer. D steht für Dasein, das dich definiert. N für die Neigung, natürlich navigiert. A für den Antrieb, Atome aktiviert. DNA, die Ardobahn, die dann mit dir stirbt. Manches wird nie anders sein. Zeiten vergeht, Symbole bestehen. Geboren aus der Ewigkeit, für Einzigartigkeit. DNA, die uns beschreibt.